Schön, dass du da bist bei Tag 7 meines Sandra-Messer-Adventskalenders. Aktuell sind wir ja gerade in der Coaching-Woche und heute darf ich dir auch wieder eine ganz tolle Expertin vorstellen. Das ist nämlich die Christine Seem und Christine, ja, die ist Brand-Designerin oder auch Web-Designerin. Das heißt, Christine weiß einfach, was gut aussieht und hat viele Jahre als Art-Director in einer kreativen Design-Agentur gearbeitet. Mittlerweile hat sie sich selbstständig gemacht und unterstützt jetzt selbstständige Unternehmer dabei, ihr Brand-Design zu finden und das Ganze aber auch in Verbindung mit der Webseiten-Erstellung. Das heißt, hier kannst du wirklich einen schicken Webseiten-Auftritt inklusive Logo und allem bekommen. Der heutige Gewinn wird ein Leitfaden sein, den hat Christine selber erstellt, ein Leitfaden zur Erstellung deiner Webseite und du bekommst obendrauf noch eine Beratungsstunde von ihr dazu, indem es um das Layout und deine Webseiten-Gestaltung gehen wird. Das heißt, es ist wirklich ein wunderschönes Paket. Ich kann es dir nur empfehlen, schau auch unbedingt mal dir die Seite an von der Christine Seem. Deswegen, da siehst du auch einige Portfolioarbeiten von ihr und dann bekommst du auch gleich den Eindruck, wirklich wie hochwertig und professionell sie arbeitet und wie wunderschön ihre Designs sind. Also, mach mit bei den Türchen und natürlich gibt es wieder ein bisschen mehr noch zu gewinnen, als nur das, was ich dir jetzt verraten habe. Deswegen klick auf den Link unter dem Video und lass dich überraschen von Türchen Nummer 7. Danke.